Leider war die Micro SD Karte nicht mehr zu retten, aber vom Handy und der Kamera sind mir die Aufnahmen geblieben und so kann ich euch doch noch ein wenig von unseren Erlebnissen am fünften und sechsten Tag erzählen. Der Übernachtungsplatz war wieder wunderbar, zwar nicht in der Natur, aber wenn ich mehrere Tage unterwegs bin, ist es mir am Abend egal, wo ich stehe. Ich bin ja den ganzen Tag draußen in allerschönster Natur und in der Nacht sehe ich eh nichts. Nach dem Aufstehen fahre ich in der Regel sofort wieder zurück in die Natur, um dort zu frühstücken. Als ich mit Patschi von einem kleinen Morgenspaziergang zurückkam, fuhr die Frau des Hauses gerade mit dem Auto in den Hof ein. Sie kurbelte das Autofenster runter. Guten Morgen, wollen Sie zum Frühstück reinkommen? Da habe ich mich gefreut, weil ich hatte ja nichts mehr, kein Brot mehr. Ich hätte mir Fladen gebacken dann später und so war das, hat gepasst. Das war ja auch Ostermontag und ich hätte mir nirgends was kaufen können. Denn es passt immer, dass es eine Freude ist und dann durfte ich auch noch duschen. Also wenn man mal ein paar Tage unterwegs ist, kann der Start in den Tag besser nicht beginnen. Und den genialen Tipp, dass es am Inn eine Vogelinsel gibt, bekam ich auch noch. Und so fuhren wir frohen Herzens in den sonnigen Tag. Durch saftige grüne Wiesenlandschaften führte uns der gut zu fahrende Weg. Und immer wieder stieg mir der Frühlingsduft in die Nase. Unser Weg führte durch Bad Füssing, wo ich mich wundere, dass niemand mit dem Hund spazieren geht. Aber dort sind ja auch nur Kurhäuser zu sehen. Und auf den Straßen flanieren die Kurgäste. Mich interessiert das Naturschutzgebiet bei Eckelfing, zu dem wir bald kommen. Wegweiser deuten auf den Vogelkundeweg hin. In diesem Gebiet darf die Natur sein, wie sie sich entwickelt. Ein Eldorado für Vögel. Dort finden wir auch diesen schönen Pauseplatz. Ich freue mich über den schönen Gesang der Mönchsgrasmücke. Und die Schwäne bauen fleißig an ihrem Nest. Wir beide genießen die Zeit an diesem wunderbaren Ort. Ja, wir beide genießen die Tür. Hier gibt es auch die Tür. Wie beide genießen die Tür. Wie viele werden können die Tür. Wir beide genießen die Tür. Wie viele werden mit dem Importanceen. Ich freue mich über den fitferen. Wer seid nicht? Kein Teil der Chargäste. Wir werden es ihnen das nicht her. Sogar den Pyrol hörte ich flöten. Den Pyrol zu hören ist für mich immer ein besonderes Erlebnis. Ich liebe ihn. Einmal im Leben hatte ich ihn erst gesehen und das ist schon lange her. Eigentlich kommt er erst ab Mai zurück. Was für ein Glück ihm jetzt schon zu begegnen. Der Kuckuck war auch immer wieder mal zu hören. Der Kuckuck kommt ja immer schon Mitte April zurück. Und dann hatte ich die Idee von uns eine Aufnahme zu machen mit dem Pivo und den Lieben zu Hause zu schicken. Und es funktionierte nicht. Ich habe immer wieder geknipst und habe mir gedacht, macht er jetzt oder macht er nicht? Nein, dann hat er nicht gemacht, dann hat er gemacht und so guckt man dann. Wenn man nicht weiß, hat es funktioniert oder nicht. Mittlerweile weiß ich, dass die Batterien von der Fernbedienung einen Geist aufgegeben haben. Dieses schöne Naturschutzgebiet ist ganz nah am Inn. Und nach kurzer Zeit waren wir dann am Inn. Leider konnte ich nicht auf den Damm hoch. Das war mir doch zu steil. Damit entfiel dann leider auch der Besuch der mir empfohlenen Vogelinsel. Wissen wollte ich aber schon, wie es da oben aussieht. Drum ließ ich das gespannt stehen und ging auf den Damm hoch. Oben am Weg, da traf ich dann eine Vogelbeobachterin mit ihrem Spektiv. Wir hatten ein nettes Gespräch über Vögel natürlich. Sie zählt dort regelmäßig den Vogelbestand. Mich zog es mittlerweile stark zu den Waldrappen und zum Naturschutzgebiet Salzachmündung. Also fuhren wir weiter, immer den Schotterweg unten am Damm entlang. An diesem Tag schaffen wir es zwar nicht mehr bis zur Mündung, aber dafür ist dann am nächsten Tag jede Menge Zeit für dieses besondere Gebiet. Ohne Probleme fand ich bei freundlichen Leuten wieder einen Platz zum Übernachten. In einer Garageneinfahrt mit direkten Zugang zu einer Steckdose dürften wir über Nacht stehen bleiben. Und mit vollen Akkus starteten wir am 19. April in den sechsten Tag. Und da stehen dick und doof mitten auf der Wiese. Ihr kennt sie, auch wenn ihre Zeit vorbei ist, aber ich denke, die kennt jeder. Nach etwa 8 Kilometern kamen wir im Naturschutzgebiet an. Gleich zu Beginn stand diese Beobachtungshütte. Gegenüber saß der Turmfalke auf seiner hohen Aussichtswarte. Man kann außen um die Hütte herum gehen, da ist es wie mit dem Geländer. Und der Blick geht auf Wasser und Schilf und auf die Salzach. Dort haben wir unser Frühstück mit Genuss verspeist. Schaut mal, das war die Ankündigung vom Wetterbericht. Wetterbericht. Noch um 10.48 Uhr. Eigentlich den ganzen Tag Regen. Erst am Abend hat es ein bisschen genieselt, aber das war es dann auch. Und sonst richtig angenehm. Und das sind Knäkenten. Super getarnt vorne das Weibchen. Die sind kleiner als die allbekannten Stockenten. Knäkenten haben ihren Namen von ihrer Stimme, die aber eher ein leises, raues Knarren ist. Leider waren sie bei der Aufnahme still. Wenig später kamen Arbeiter mit dem Auto gefahren, die das Geländer der Hütte abgemessen haben. Denn, wie sie mir erzählten, gibt es noch eine zweite Hütte in der Nähe. Auch auf unserem Weg. Dort wird das gleiche Geländer gebaut, wie es hier auch ist. Die beiden waren auch bald wieder weg und wir genossen die Ruhe, das Frühstück und die Beobachtungen. Dann ließ ich alles stehen und ging mit dem Patschi einen kleinen Weg zur Salzach runter. Kleiner Spaziergang zwischendurch. Jetzt kommt Patschi. Da oben ist die Beobachtungshütte. Es ist doch ein Baden. Es ist ja schon wärmer geworden. Es ist aber schon ziemlich tief hier. Im Wasser schütteln. Jetzt kommen die wieder raus. Wir fahren weiter und ich bin gespannt auf die nächste Beobachtungshütte. Dort arbeiten die zwei Männer schon an dem Außengeländer. Die Hütte ist auch schön, aber wir fahren weiter. Und da sehe ich einen Greifvogel über das Schilf fliegen. Kann ihn aber erst bestimmen, als ich wieder zu Hause bin. Es ist eine männliche Rohrweihe. Meist schaue ich dann in meinen Vogelbestimmungsführer, was es sein könnte und frage dann in der Bestimmungsgruppe auf Facebook. Und das sind ja richtige Profis und innerhalb ein paar Sekunden hat man dann die Antwort bestätigt oder nicht. Da sitzen zwei Schnatterenten und ruhen sich aus. Den ganzen Tag haben wir da verbracht. Aber Futter für ein Patschi geht aus. Ich habe keinen Zucker mehr und keine Kaffeepads. Auch eine Semmel oder Bräse zum Frühstück morgen wäre genial. Ich erfahre, dass es im nahegelegenen Ort einen kleinen Laden gibt. Und dort fahren wir hin und ich bekomme alles, was wir brauchen, von einer sehr freundlichen Verkäuferin. Sie kommt extra noch mit hinaus, um sich unser mobiles Zuhause anzusehen und ist begeistert. Mein nächster Plan ist, dass ich mir vorab eine Bleibesuch, um noch einmal zurück zur Salzachmündung fahren zu können. Auf Anhieb habe ich wieder super nette Leute gefunden. Der hat sich ganz schön eilig, der hat eine Bugwelle. Mehrere Leute haben jetzt schon gesagt, ich soll unbedingt zum Innspitz gehen. Ich weiß, dass das was Besonderes ist. Also bin ich nochmal zu der Stelle zurück und diesmal mit dem Wohnwagen hinuntergefahren. Vielleicht nur mein kleines Stück den Pfad entlang schauen. Aber der Weg war kreuz und quer mit ungestürzten Bäumen verlegt. Für Patschi unmöglich, um drüber zu kommen. Macht nix. Es gibt so viel Schönes hier zu beobachten. Die Schnatterenten ruhen sich aus. Das Teichhuhn ist auf dem Weg zu ihnen. 19 Uhr ist es und Zeit, wieder zurückzufahren. Aber was für ein Schreck. Ihr glaubt nicht, die Schiebehilfe ging nicht mehr. Und ohne Schiebehilfe komme ich diese kurze steile Rampe nicht hinauf. Ich probiere es immer wieder. Was für eine blöde Situation. Ich könnte natürlich hier auch übernachten, aber wir hatten uns ja für die Übernachtung schon angekündigt. Vorbeikommen wird jetzt am Abend auch niemand mehr. Den ganzen Tag über sind mir nur die Arbeiter, eine Joggerin und ein Hundespaziergänger begegnet. Ich schaltete ihn nochmal komplett aus, das Rad und nochmal an. Und dann funktionierte es zum Glück. Ich war es so erleichtert. Der Innspitz ist übrigens ab 1. März schon gesperrt, weil da das Brutgeschehen beginnt. Auf dem Rückweg habe ich dann noch Bärlauch, Kirschlöbenzahn und Brennnesseln gepflückt, die es hier zahlreich gibt. Und habe ein Couscous gemacht am Abend. Da ist noch eine hübsche Tafelente. Da habe ich mir mal die Eselsbrücke gebaut, Tafelente oder Kolbenente. Kolbenente hat einen roten Schnabel. Gute Nacht. Gute Nacht. Vielen Dank. Vielen Dank.